Hallo zusammen, heute Unabhängigkeit, Basispattern, lautes Zählen. Wir zählen den Puls. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ihr merkt, sehr perkussiv, mit viel Attack. Es geht nicht darum, einfach irgendwie zu zählen, sondern dem Ganzen einen Impuls auch zu geben. Jetzt klatschen, stampfen, schlagen, schnipsen wir dazu die Akzente. Und wir nehmen jetzt dafür mal den Samba-Shift. Das sind acht Zeilen, wo das Samba-Pattern jeweils um eine Position verschoben wird. Jeweils ist das Verhältnis, die Relation zum Basispattern ein anderes. Alles klar, es geht los. Und viermal jede Linie. Ich zeige euch an, wenn wir die Linie wechseln. Wir zählen einmal davor. Eins, zwei, drei, vier. 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 Wir sehen uns morgen. Bleibt unabhängig. Ciao.